Erinnerung 2. Der Orden. Sie haben mich irgendwie durchgelassen, aber auch irgendwie wiederum nicht. Was zum... Was war das bei so'n Psycho-Bildern? Wer weiß, was da noch kommt. Aber nicht, um dem Licht zu dienen. Wow. Wow, 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 wow. Da ist ja gar nichts mehr zu erkennen. Total Schaden, würde ich mal meinen. Hüte dich vor dem einfachen Weg. Wissen erwächst nur aus Herausforderungen. Und das sagt mir das Kreuz, mitten ins Gesicht. Ich glaub auch. Nee, 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 da geh ich nicht lang. Ich werde dieses Fragment da haben. Hier gibt's vier. Ich bin mir offenbar, offengesagt nicht sicher, ob ich die alle fangen werde, aber ich höre sie ja offenbar. Erwähnt ihr schon, dass ich mir relativ sicher bin, dass ich das hier vor dem Desmond-Kram bringe? Heute Mittag deckst du das Dach neu, Clay. Aber ich sitze an meiner Geschichtsarbeit. Lass sie liegen. Ihr Sohn des Vorarbeiters hat gerade die Ingenieursschule abgeschlossen und verdient 60 Riesen. Ja, so verdient mein Geld. Boah, ich will auch Geld verdienen. Also nicht, dass ich irgendwie, dass ich irgendwie reich sein wollen würde, aber so ein bisschen mehr zu haben, wäre gerade nicht schlecht. Man muss sich über weitaus weniger Sachen Sorgen machen. Hört ihr das auch? Einmal nicht aufgepasst und schon wieder voll am Arsch. Erfolg, Rettung, nachher, weil ich mich gerade so... Irgendwo hier gibt es noch ein Fragment. Ich höre es. Und ich sehe es. Entschlüsselungsfragment. Nicht, dass ich am Ende nochmal in irgendein Ding gehen muss. Stell dir mal vor, dass hier wäre alles feindlich gesinnt. Das wäre vielleicht scheiße. Sagt er und hat einen Haufen Laser vor der Nase. Sie werden dir Hindernisse in den Weg legen. Doch verlieren nie dein Ziel aus den Augen. Hahaha. Ausgetrickst. Penner. Ich würde gerne noch sicher gehen, dass hier nicht irgendwo so ein... Fragmenthaus, das ich nicht gesehen habe. Das wäre relativ fatal. Komm ich da rauf? Wahrscheinlich ja, aber ich soll da wahrscheinlich nicht hin. Ich will da trotzdem rauf. Vielleicht ist da irgendwas. Außerdem habe ich letzte Nacht davon geträumt. Naja, vorletzte Nacht. Okay, hier gibt es nichts. Nee, ernsthaft. Ich habe ja von so einem Scheiß geträumt. Da fragt man sich dann schon, warum. Es war nur eine Lagerhalle mitten in der Wüste. Wo ich dann mit meiner Begleiterin irgendwie entkommen musste. Wollte, konnte, sollte. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich sollte und was ich wollte und was ich konnte und was ich wusste. Merken, gelbe Laser, tödlich. Gelber Laser geblockt. Es könnte Probleme geben. Weil, pass mal auf. Fällt dir was auf? Maximal drei von den Dingern. Der Rest wird wieder decayed. Das heißt, ich könnte hier ziemlich bald ein Problemchen kriegen. Weil mir meine Blöcke ausgehen. Okay, damit blocke ich zwei. Und laufe drüber. Das Rad nicht. Ich blöcke ihn hier unten. Du musst jetzt irgendwie hier raufkommen. Und komm damit nicht durch. Scheiße. Es war andersrum. Du musst ihn oben blocken. Da oben ist das nächste Fragment. Guck dir das mal an hier. Voll die düster Stimmung. Aber schon irgendwie geil. Haha. Fragment drei von vier. Na egal. Diesmal kann ich hier direkt durchlaufen. Ich glaube, ich habe da gerade einen anderen Laser gesehen. Autsch. Ich war mir gerade bei der Wand nicht sicher, ob da gleich mehr Laser entgegen kommen. Aber offenbar, nö. Drei, zwei, eins. Fall! Okay. Ganz ruhig. Der Laser da hinten, der ist uns gerade mal egal. Hier baut sich immer noch nichts auf. Ey! Voll die Füße unter den, also Füßen weggelasert. Wie mache ich denn das jetzt am blödesten? So und so, ne? Jetzt komme ich hier durch. So ein ähnliches Problem habe ich jetzt auch. Und jetzt muss ich hier raus. Ist da oben vielleicht das letzte Fragment? Aber ich höre gerade kein anderes mehr. Ich habe ja schon den Ausgang gesehen. Heilige Scheiße. Schon wieder ganz vergessen. Dass das hier so Psycho-Dinger gibt. Ich hätte vielleicht doch unten lang gehen sollen. Aber was war denn da unten? Kann ich da einfach nicht lang gehen? Das teste ich mal. Moment. Wohin würde ich kommen? Würde ich dorthin gehen? Ha, verstehe. Ja. Ist das der Ausweg? Oder ist das ein anderer Weg? Ah, das Braten? Ich komme da nicht durch. Denn die muss von der anderen Seite aus kommen. Also hätte ich mal gleich hier durchgehen sollen, dann wäre ich nämlich vorausschauender gewesen. Fuck. Aber gut. Jetzt weiß ich wenigstens, was wir machen müssen. Dass wir hier richtig sind und so. Soll keiner sagen, ich hätte das Ding schon vorher gesehen, ne? Weil das habe ich ja. Ich dachte nur, wir sind irgendwie richtig, indem wir falsch gehen. Oder wir sind falsch, indem wir richtig gehen. Ich weiß nicht mehr. Hört auf zu denken. Hier kann man nicht mehr denken. Vor allem nicht mit so einem bedrohlichen Leser. Wutsch. Wutsch. Fuck. Fuck. Fuh. Kehrt ihr auch noch aus, oder muss ich hier durch? Ich muss hier wahrscheinlich durch. Ja, nö. Kein Ding, ne? Mache ich ja täglich. Ich mach ihn ja da und sit bumm. Du machst dann da und sit bumm. Dann sit bumm seh ich mal zurück. Sit bumm. Sit bumm. Sit. Hi. I am the champion. Na komm. Aha. Es ist von dannen gegangen. Und ich jetzt auch. Ihr habt euch als würdig ergießen. Heute widmet ihr euch der Erhaltung unseres Credos. Ich muss das Fragment da oben kriegen. Wir sind Assassinen. Voll die Domino-Steine hier. Bei dem Thumbnail wird sich auch jeder denken. Hä? Das klingt ja alles so bedrohlich. Ich geh mal weiter. Ich gucke mal.